Wieso erkennen es die reichen westlichen Länder nicht? Wohlstand. Abstand. Wohlstand und Abstand. Es ist halt nicht so dramatisch, wenn man 1500 Kilometer davon entfernt ist. Denn wenn die Russen den Krieg gewinnen, dann sitzen sie immer noch an der polnischen Grenze und nicht an der deutschen. Und die NATO ist stark. Realistischerweise werden die Russen nicht bis zur Oder-Neisser-Linie durchbrechen. Die werden vorher gestoppt werden. Von den Polen und von der NATO. Also für uns Deutsche ist es so, dass wir sagen können, ja, ist ja nicht so schlimm. Im Baltikum wissen sie, dass am ersten Tag NAWA besetzt wird. Und fünf Tage später können die Hauptstädte im Baltikum erreicht werden. Dann können dort Butcher passieren. Dann kann es dort zum Massakern kommen. Dann werden die zerstört. In Deutschland gibt es nur Zerstörung, wenn die Russen Raketen schießen. Also für Frankreich und Spanien ja noch weniger. Abstand. Das ist viel entspannter. Die Polen wissen, an unserer Außengrenze stehen dann die Russen, die wahrscheinlich weitermachen wollen. Und wenn die einen Schritt vormachen, fangen wir an zu sterben und unsere Zivilisten. Dann richten sie in unserem Land Massaker an. Da ist die Dringlichkeit viel größer. Deutschland ist hunderte Kilometer davon entfernt. Die Russen werden höchstwahrscheinlich nicht über die Oder-Neißelene kommen, wenn es zum großen Krieg kommt. Also kann man es in Deutschland entspannter sehen. Ist halt falsch und unsolidarisch, wenn man so will. Und dämlich, aber nachvollziehbar. Die Polen können ihr Militärbudget massiv erhöhen. Sie können massiv neue Schulden machen fürs Militär. Ich weiß nicht, ob sie den Sozialleistungen verringert haben. Aber die Polen machen ernst mit dem Militär. In Deutschland ist die Dringlichkeit nicht da. Da, ja, ich will nicht innenpolitisch irgendwelche zu großen Aussagen machen. Aber in Deutschland ist die Dringlichkeit einfach nicht, wird nicht in dem Maße verstanden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.